LALALALA 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 Nicht so viel Musik Copyright dazu Oh mein Gott die Katzen sind schon wieder Ah Film Dies oh man WarTech Femmes Presents WarTech Presentation Leaving The World Be sure to remember these basic words Will Number One Line up in an orderly fashion Will Number Two Use Protective Eyewear Oh Years of living in the world can make the eyes sensitive to the sun Without Protection Eyewear Extreme Eye Damage could Ha Das hört sich schnell Once outside the world Be prepared to life A view With the Garden of Eden creation Good Or G E C K D D D D D D D D Felt so loud the music Use the GG to create a new world you've been waiting for Oh so schön Results my will LALALALALA The End La 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 Oh Gott, die Musik ist aus. Oh mein Gott. Shopangst. Ja. Oh mein Gott, die Tür geht auf. Ach, wer seid ihr denn? Das Bild, das macht mir jetzt gerade tatsächlich Angst. Auf jeden Fall sehr nette Zeitgenossen. Krieg bleibt immer gleich. Das Ende der Welt ereignete sich mehr oder weniger so, wie wir es vorausgesehen hatten. Zu viele Menschen, zu wenig Platz, zu wenig Ressourcen. Die Einzelheiten sind trivial und unbedeutend. Die Gründe wie immer rein menschlicher Natur. Nahezu alles Leben auf der Erde wurde ausgelöscht. Eine große Säuberung, ein atomarer Funke, gezündet von Menschenhand, geriet schnell außer Kontrolle. Nukleares Feuer regnete auf die Erde herab. Kontinente gingen in Flammen auf und versanken in den brodelnden Fluten der Ozeane. Die Menschheit wurde nahezu völlig ausgelöscht. Ihr Geist wurde Teil der Radioaktivität, die sich wie ein Leichentuch auf die Erde legte. Eine stille Dunkelheit breitete sich über dem Planeten aus und dauerte viele Jahre an. Nur wenige überlebten den verheerenden Schlag. Einige hatten Glück gehabt und sich in großen unterirdischen Bunkern in Sicherheit bringen können. Als die große Dunkelheit vorüber war, öffneten sich die Bunker und ihre Bewohner kamen daraus hervor, um ihr Leben neu zu beginnen. Einer der Stämme im Norden führt seinen Ursprung auf einen solchen Bunker zurück. Seine Angehörigen glauben, dass ihr Gründer und Ahnherr, der unter dem Namen Bunkerbewohner bekannt ist, einst die Welt von großem Übel befreit hat. Der Überlieferung nach hatte dieses Übel seinen Ursprung im tiefen Süden und verdarb jeden, der damit in Berührung kam. Menschen änderten ihre Gesinnung und verwandelten sich in wilde Tiere. Nur der Tapferkeit des Bunkerbewohners war es zu verdanken, dass das Übel vernichtet wurde. In seinem Kampf verlor er jedoch viele seiner Freunde und opferte einen Großteil seiner selbst, um die Welt zu retten. Als er schließlich in die Heimat zurückkehrte, für deren Schutz er so hart gekämpft hatte, verstieß man ihn. Indem er sich dem gestellt hatte, was sie alle fürchteten, war er für sie zu einem anderen geworden. Und er war nicht mehr länger ihr Held. Von seinem eigenen Volk im Stich gelassen, ging er fort in die Öde. Er wanderte weit in den Norden, bis er zu den großen Schluchten kam. Dort gründete er ein kleines Dorf mit dem Namen Aroyo, in dem er bis ans Ende seiner Tage lebte. Und so hat Aroyo von seiner Gründung an in Frieden gelebt, durch seine Schluchten vor der Außenwelt geschützt. Aroyo ist Heimat. Deine Heimat. Aber die Narben des Krieges sind noch nicht verheilt. Und die Welt hat noch nicht vergessen. Das ist ein Körpichleutern. Okay, Mist, gleich. Wir werden wahrscheinlich in dem Ende sein Cut, aber... Gut, dann bin ich wieder zum kleinen süßen Cut und ich mach mal ein neues Spiel, oh mein Gott. Oh, hübsch. Ja, wir können uns Figurenort wählen, hab ich wohl gelassen. Mingen und Jitsa und Narg. Sehr viele. Ich würde gerne selber eine Figur erstellen, aber mir würde ich auch gerne in diesem Typen wählen. Danke, dass jemand ins Team rumgekommen ist. Hm. Mingens Geschichte. Mingens ist sehr geschickt mit seinen Fingern und das hat ihm in seiner Neugier immer geholfen. Vor ein paar Jahren hat er, hat der Stamm beschlossen, Mingen und Jitsa und Nütz hier anzusetzen. So wurde er zum allerbesten Kundschaft, da wie auch immer die Zelte der oben liegenden Stämme sind keine Herausforderung mehr. Es ist Zeit, etwas Neues zu erkunden. Ach ne, komm, wir machen eine neue Figur. Pech gehabt. So, wo war denn eigentlich der Name? Ach, ich guck mal hier rum. Wir heißen nicht wieder Nonne. Wir heißen, wie heißen wir denn? Oh, wir brauchen jetzt irgendeinen epischen Namen. Wie weiß mit episch? Ähm. Ähm. Tipp, tipp, tipp. Ach, komm, äh. Mir wird da wohl irgendein verkackter Name einfallen. Jetzt nicht Hermann. Ja, Hermann denke ich an, da und ich weiß. Ähm. Gute Frage. Komm, ich nenne ihn Michael. Ne, ist doch ein toller Name. Ist doch wunderschön. Ähm. Scheiß drauf. Äh, 25. Ja, männlich. Das dachte ich mir fast schon. Können wir noch älter werden? Komm, wir sind zu richtig, alter Sack. Komm, wie alt kann man sein? 35? Na gut, wir sind total 35. Wir sind schon etwas älter. Wir sind schon, ne? Bisschen fortgeschrittener. Und apropos fortgeschrittener. Wir werden mal Bewegung etwas übermachen. Weil wegen Aktionspunkte, ne? Okay, ich glaube 8 reichen. Reichen 8? Weiß ich nicht. Scheiße. Egal. Wahrnehmung, Beiflust, Herz und Kampf. Ja, das machen wir mal. Sind wir ja fast schon am Arsch. Fähig pro Level Dialogation. Ah, das machen wir mal. Ah, das machen wir mal. Zusatzreiberpunkte pro Level. Komm, machen wir auch ne Ausdauer. Und noch einmal Beweglichkeit. Weil, äh, nicht so wie letztens. Das war nervig. So, ähm, Aufnahme-Dings. Du darfst wieder nach unten. Dann würde ich mal sagen, äh, so, wir müssen erstmal hier. Zusatzmerkmale, glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schneller Stoffwechseln. Na, Schläger. Na, wir sind doch kein Schläger. Äh, kleiner Körperbau. Nein. Einhändig. Ah, wäre mir fast schon lieber. Hm. Weil ich würde wieder gerne auf Pistolen skillen. Oder zumindest auf, äh, Plasma-Pistolen-Sachen. Weißt du? Energiewürfen. Also, wir müssen mal gucken. Treffsicher. Bei deinem Angriff bist du sehr treffsicher. Du fährst zwar nicht so viel Schaden. Dafür lernst du aber mehr kritische Treffer. Okay, Kamikaze. Kann ich mir schon denken, was das ist. Faustkämpfer brauche ich auch nicht. Schnellschütze. Nee, eigentlich auch nicht. Wilder Kämpfer. Hm. Verhext. Umgänglich. Anfällig. Na, stabil. Na, komm mal gleich, ich sage. Nachtmensch. Wieso ist das mit einer Frau? Achso. Na gut. Versiert. Äh, anfangs. Hm, nein. Begabt. Was ist das für mehr eingeborene Fähigkeiten als andere? Das sind alle. Ja, man sieht um einen Punkt höher. Aber du verlierst beim Anfang bei allen Fähigkeiten 10%. Ja, jetzt pro Level 5 Fähigkeitspunkte weniger. Nein, vergiss mal. Ähm. Ja, was nehmen wir denn da? Nehmen wir einfach mal. Ich glaube, wir machen Treffsicher. Treffsicher klinkt cool. Habe ich das aktiviert? Okay. Wie viel können wir denn... Ich würde eigentlich gar nicht so viel lesen. Das ist gar nicht so toll. Schnellschütze will ich nicht. Dann kann man wieder nicht... ...so schnell schießen. Einhändig. Ich glaube, wir haben immer noch einhändig. Und das war's. Äh, unsere Startfähigkeiten. Äh. Ich würde fast schon sagen Energiewaffen. Äh. Komm, machen wir einfach mal. Auch wenn wir wahrscheinlich zum Anfang nicht so viel Energiewaffen finden werden. Aber scheiß drauf. Dann auf jeden Fall noch stehlen. Das war ja letztens schon sehr hilfreich, ne? Handel, reden. Ach komm. Ein bisschen reden. Oder? Oder? Ne, komm, Dietrich. Dietrich. In Ordnung. Können wir noch was auswählen? Okay. Gut. Dann geht nochmal weg. Liebes Aufnahme. Den ganzen Kurschens. Ich würde mal sagen, ja, starten. Das sieht doch alles toll aus. Und wenn nicht, dann hasst mich bitte. Okay. Noch eine Cutscene. Komm herein, auserwähltes Wesen. Es gibt ein paar Dinge, die du wissen musst. Hier, sag an. Das Dorf stirbt. Anzeichen dafür gibt es überall. Magere Ernte. Sterbende Bramin. Bramin, wer hätte dir das ausgewogen? Kranke Kinder. Ich mach mir voll Angst. Aber noch besteht Hoffnung. Eine vage Hoffnung, von der nur wenige wissen. Auf den alten Holodisks ist von einem Garten Eden Erstellungskit die Rede. Ja. Man sagt, es könne Leben ins Ödland bringen. Ach Quatsch. Das hast du dich bestimmt verhört. Wenn du dich als würdig erweist, wird die Suche nach dem Gig zu deinem Lebensinhalt werden. Ach, wie toll. Um diesen Beweis zu erbringen, musst du dich aufmachen zum Tempel der Erprobung. Wenn du überlebst, komm zu mir zurück, dann erzähle ich dir mehr. Ja, unser Schicksal liegt in deiner Hand, außer wir das Wesen. Beweise deinen Wut, finde das Gegend, rette uns. Okay. Tut mir leid, wie gesagt, dass die Cutscenen zwar abgefuckt sind, aber das liegt einfach daran, weil Inkompatibilität und so lustige Sachen. Ne, äh, starker hier. Ach, hier bin ich da eben starker hier, what the fuck. Kann ich mit dir sprechen oder? Oder würdest du mich dann wirklich abhaulen? Guten Tag, Michael, du hast die Abprobungen der Ältesten nicht auf der Geist gehört und darfst nicht passieren. Äh, okay. Ja, werde ich mal die Prüfung machen, ohne dass du mir groß zulabern tust. Geh da mal rein. Hallo, äh, so, was steht denn hier, Feindes? Du bist in einem dunklen Muffing-Tempel. Die Schatten scheinen dich austricksen zu wollen und du hörst schwache Geräusche, als wenn sich etwas bewegt. Da bewegt sich auch was, mein Gott, Ameisen. Ich habe abste Ameisen. Ist da was drin, ne? Nö, Steinbank. Wunderschön. Ja, dann gib's jetzt mal vorleins aufs Maul, ne? Bam! Ach so, bist du außer Reichweite? Ja, das können wir ändern. Ach komm, ich stehe doch schon direkt davor. Oh, hier, es war doch Absicht, dass ich jetzt nicht mehr so viel hab. Das ist doch alles von dir geplant, Spiel. Pass auf, jetzt sterbe ich hier noch im Intro, ne? Ja, ich hab verfehlt, sehr gut. Cool. Ja, in. Das ist ja... Wunderschön. Oh, komm mal, jetzt hab ich die meine verpasst. Ha, Junge. Leg dich nicht mit mir an, du kriegst einen in die Fresse. Wenn du Glück hast. Hey. Ich mich hauen. Stand aber nicht so im Arbeitsvertrag drüber. Ha. Tot bist du. Na gut. Aha. Und noch ein Schlag. Na, geht doch. Gut. In Fallout 1 haben wir uns mit Ratten auseinandergesetzt. Und hier sind das Riesenameisen. Nicht schlecht. Dann wollen wir mal durch die Tür latschen, ne? Wollen wir mal durchgehen. Schöne Tür. Wo müssen wir denn hin? Ähm, da sind die Ameisen. Da auch. Dann geh ich nach rechts. Pisch. Hallo. Ja, ihr könnt ruhig zu mir kommen, ne? Ich will nicht unbedingt zu euch laufen. Ich könnte auch mal was machen, ne? Ich bitte dich. Jetzt kommt doch mal hier. Ja, Mensch. Kann doch nicht sein. Na. Tausendmal verklicken hier noch. So muss das nämlich. Okay. Okay. Malzug. Okay. Wieder die lustigen Riesenameisen. Ich würde dich auch auf Faustkampf scannen sollen. Bestimmt habe ich eine Waffe im Moment und weiß es nur nicht. Das wäre ja schon irgendwo peinlich. Egal. So. Aha. Ich hoffe, mich zu schlagen. Danke. So, jetzt gucken wir mal nach im Inventar. Tatsache. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Überhaupt nicht. Nein. Keine Waffe. Hallo. Was? Da hat er sich... Achso. Okay. Bäm. Stech dich ab. Hast du nur davon, wenn du dich mit mir anlegst. Was ist denn das hier? Aha. Ja. Das ist Heilpulver. Oh, nimm alles. Gibt es jetzt. Sehr gut. Also, ich bin ein bisschen spät, aber immerhin. Ich sehe es. Ach, guck mal. Geht es da hinab, oder was? Nö, nichts ungewöhnlich, Nomi. Ja, gut. Dann ist das wohl nichts Ungewöhnliches. Dann eben nicht, ne? So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Hier war ja auch irgendwo ein Vieh. Ah, schön. Ach, guck mal. Sogar ein Skorpion. Ein Skorpion. Ha. Ein Skorpion. Wie stößt du denn zu? Du stichst ja schon, aber wie ist das alles am Zoom, ne? Ach, komm. Danke. Stich ab, das Vieh. Metzl ist nieder. Spieß es auf. Dankeschön. Ja, hier läuft ja eigentlich ganz gut. Und du hast... ...einen Skorpionschwanz dabei. Das ist schön. Den können wir am Anfang wahrscheinlich gut verkaufen. Schön, dass du ins Team ankommst. Das freut mich immer. Dieses Geräusch erschreckt mich nämlich überhaupt nicht. Ähm... Da ist ne Tür. Da geht's wahrscheinlich weiter. Dann gehen wir mal nach rechts. Nach rechts gehen wir mal. Wo ist er denn? Ach da. Komm in meine Arme. Bäm. So wie ich dich abstechen kann. Hat ihn das so schockiert. Dass er mich nicht angegriffen hat. Äh, wie machen wir hier? Ne? Im Fall eines Falles. Den Ugo-Kleber. Hoffentlich lohnt sich's dort auch. Hallöchen. Spreng ich eure Party? Das tut mir leid. Dort ist er. Du hättest jetzt ruhig herkommen können, ne? Also... Also es ist echt nicht zu viel verlangt. Finde ich. Okay. Ich finde, wir machen uns ganz gut hier. Glaub' ich zumindest. Läuft auf jeden Fall besser als mit den Ratten in Vorderlands. Kann daran liegen, dass ich jetzt erstmal Nahkampfsache mache. Na, jetzt nimmt doch sein Scorpion-Schwanz, Mensch. Das ist das hier. Knochen. Schön. Ach, noch ein Speer. Das wär doch nicht nötig gewesen. Nimmt man die ganze Gefahr auf sich nur für einen Speer, den man schon längst hat. Ach ja. Uiuiui, eine Tür. Öffnen wir sie mal. Oh, die Tür ist schon verschlossen zu sein. Das ist natürlich schade. Denn öffnen wir sie mal. Und dann gehen wir nochmal rein. Klopf, klopf. Was erwartet uns hier? Ach, ach, ach. Was, was, was? Du siehst deinen hochgestörten Teller. Was für ein Teller? Willst du mich verarschen? Rennen. Hä? Was ist das denn? Egal. Lass mich in Ruhe. Ich will kein Teller sein. Aua. Das macht man doch nicht. Du niederer Skorpion. Das ist ziemlich, äh, unsozial von dir. Na, du Skripier. Och, Mann. Wisse, dann lobt man ihn noch? Äh, lobt man ihn und dann geht so weit wieder los, ne? Kann doch nicht sein, Michael, ne? Oder Michael. Ne, ich nenne Michael. Wenn du auch wieder London nennen können. Das war mir irgendwie zu blöd. Ach, komm, jetzt stirb doch mal. Langsam ist das nicht mehr lustig. Das sagt doch der Herr lustig. Na, geht doch. Hey, er hofft mich zu treffen hier. Du kleiner, niederer Skorpion hier. Sowas ziemt sich nicht für deinen Stand. Außerdem will ich ja nicht Ruhe da hinten. Vergiftet. Ja, super. Du kannst mich auch mal. Na, endlich. Es ist tot. Es ist tot, es ist tot. Rissen wir halt, Pulver. Hui. Ach, starker Tritt und starker irgendwas. Na gut, ich nehme mal hier die Stachel mit. Ich glaube, man kann sie nachher rauchen. Was haben wir denn hier schönes? Eine Rüstung? Ach, ne, Heilpulver. Na gut. Besser als nix, ne? Gibt es sonst noch was? Nö. Nö, nö, nö. Dann. Was ist das denn? Nix ungewöhnliches, ne, Erivo. Äh. Hallo, kleine Ameise. Oh, wie süß. Trifft mich natürlich gleich direkt, ne? Kleiner Arschameise hier. Hat sich ausgearmeist. Und nochmal. Bäm. Bäm. Ach, komm. Ich müsste aber so eine kleine Ameise hier treffen. Hm, Mensch. Ja, geht doch. Junge, junge, junge. Was ist denn hier drin am Top? Ein Topf der Verdammtes. Was ist denn das für ein Scheiß? Plastikspringstoff? Warum viel Plastikspringstoff? Muss ich gleich irgendwas hochjagen? Nö. Ach so. Ich dachte eben, oh Gott. Das sind bestimmt tausend Millionen Fallen, aber gut. Das ist nur eine Ameise. Von daher. Tschüss. Hö, hö, hö. Was ist hier drin? Vielleicht eine Rüstung? Oh nein. Gegengift. Toll. Könnte man ja eigentlich mal benutzen, ne? Friss mal. Du verlässt zwei. So, ja, okay. Äh, ja, laufen. Pardon. Wo ist denn das Vieh jetzt hinter? Ja, das sind Erfahrungspunkte. Die kann man nicht einfach so stehen lassen. Erfahrungspunkte sind wichtig. So richtig wichtig. Ach komm. Du blöde Ameise. Dankeschön. Es ist sehr sozial von dir, dass du jetzt abkratzt, ne? Gut, dann werden wir mal durch die Tür gehen. Mal sehen, was es da so für lustige Sachen gibt. Metalltür. Wetten, sie ist zugeschlossen. Öff, nee. Nicht öffnen. Ach, undurchdringliche Tür. Ach so, okay. I see what you did there. Ähm. Halt, nein, das wollte ich jetzt nicht. Ähm. 30 Sekunden reichen auch. Wäääh. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man das so benutzen muss. Wenn nicht, dann habe ich jetzt gleich die Arschkarte. Uka, uka. 30 Sekunden reichen auch. Doch nicht. Ja, mein Plan war richtig. OMG, I'm so intelligent. Du löst die Falle aus. Und jetzt ganz knapp jemand kommt in ein Geschoss. Yay, ich bin so gut. Da ist eine Tür. Huch. Wollte eben sagen, also heißt es, da muss ich hin. Deswegen gehe ich zuerst nach rechts. Und tschüss. Leg dich nicht mit mir an, Ameise. Ich bin... Da sind auch Türen. Obwohl, nee, das sind nur Durchgänge. Ach, wie schön. Ein oberer Skorpion. Keine Ahnung. Ne, immer noch ein niederer. Sie sahen nur so groß aus, aber naja. Gut, das ist im Arsch. Das kann man so... Das kann man so unterschreiben. Das ist in Ordnung. Hallo. Was bewachst du denn da Feinus? Vielleicht eine Rüstung oder ein... In der Meningan? Vielleicht. Unter Umständen. Truhe. Was ist denn Truhe denn? Ach. Nur Heilpulver und Gegengift. Ach, wie langweilig. Na ja, immerhin, ne. Könnte ja auch gar nichts drin sein. Und dann gehen wir mal zur Tür. Da sehen wir die von uns will. Alt. Mann. Ich will da die Truhe dann. Du Arsch. Leck mich doch. Wieso habe ich das mal ausgewählt? Das geht doch viel einfacher. Was ist hier drin? Gar nichts. Mama mia. Der große Gott der Truhen hat mich erhört. Oh, foi foi. Wer bist du denn? Sei gerüst, Michael. Ich habe die Ehre, deine letzte Herausforderung zu sein. Bevor du dich auf die Suche begibst, musst du mich im unbewaffneten Kampf besiegeln. Sollen wir anfangen? Zuerst möchtest ich dir ein paar Fragen stellen. Na, was möchtest du wischen? Warum müssen wir kämpfen? Der Vater des außergewirrten Wesens ist kein einfacherer Weg, Michael. Du wirst dich dann neben vielen Herausforderungen stellen müssen und am schwierigsten hierbei wird der Umgang mit deinen Mitmenschen sein. Es wird eine Zeit geben, in der Diplomatie und Taktgefühl sich als nutzlos erweisen und du die Hand erheben musst. Diese Herausforderung bereitet dich darauf vor, einem anderen Menschen in die Augen zu sehen und in dem Wissen, dass du ihn möglicherweise töten musst. Verstehe. Du sagst, wir kämpfen ohne Waffen, dass uns diesen Kampf hinter uns bringen. Ich brauche einen Moment. Ne, ich brauche einen Moment. Weil, ne, ich habe ja noch eine Waffe. Hoch. Und Heilpulver, das wäre ja nicht so ein guter Kampf, ne. Ne, 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 ne. Okay, dann juckt mir die Nase und wir können kämpfen. Ich decke hier. Hervorragend. Deine Sache wäre draußen, ja, ja. Geh hier. Ach so. Du kommst wieder, ich hab's zur Böde. Kämpfe gehen. Viel Glück. Dankeschön. Hab ich jetzt auch keinen Heilpulver mehr? Wie du bockst mich? Ich tritt dir voll in die Eier. Sind alle in deinem Stamm so schwach? Du bist ja aus meinem Stamm, du Vollidiot. Oh. Meinen hab ich getroffen, ne? Okay, er hat jetzt auch getroffen. Oh, okay. Okay. Dann kriegst du noch mehr Dritte. Bäm. Ich bin aufgerissen. Äh, okay. Dann schlag ich in die Fresse, ne. So muss das nämlich. Ich werde in deinem Blut baden. Ja, das stelle ich mir nicht sehr schön vor. Was ist, wenn ich HIV hab? Dann hast du auch HIV. Tja, Arschkarte. Bäm, voll geboxt. Der Boxkampf des Jahres. Klitschko gegen Klitschko. Keine Ahnung. Ich kenn mich nicht in den Boxen aus. Die Yandertaker. Bäm. Du hast mich besiegt. Du bist wahrwürdig. Auserwähltes Wesen. Ja, renn schnell weg. Renn um dein Leben. Okay, wir haben ihn besiegt. Das ist schön. Er lebt leider noch, aber... Oh mein Gott, Cutscene. Und ich weiß, die Cutscene ist ein scheiß Haus. Und ich weiß, der Part ist 26 Minuten lang. Ich würd' spontan schätzen, das ist die Robe. Also die... Vault-Uniform. Tatsache. Ja, du hast die Prüfung von Aerojo bestanden. Du hast ein neues Level erreicht. Du erhältst Renderpunkte. Cool. Dann leveln wir mal ab. Nein, nicht laufen nachher. Quatsch, dort sieht man da nicht. Ich will einen Kart machen. Wir sind schon ziemlich über der Zeit, ne? Nein, das ist doch die Karte. Mensch, du Vollidiot. Nein, das ist der... Boah. Mann, das war doch schon richtig. Okay. Ein Level Up. Ähm. Was leveln wir denn? Ähm. Levelution und so, ne? Haha. Komm, wir stehlen uns mal ein Stückchen hoch. Und holen ein bisschen Energiewaffen hoch. Und kleine Waffen. Das ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Na, Kampfwaffen sind wir eigentlich auch voll geil. Deswegen, ne? Allgemein voll hoch. Finde ich voll unfair. Egal. Hat die Musik eben im Hintergrund YOLO gesagt? Äh. Egal. Reparieren etwas hoch. Schon wieder YOLO. Ich glaube, der will mich verarschen. Und wir schleichen uns auch noch ein bisschen hoch, ne? Schon wieder YOLO. Hör auf mit dem YOLO. Das red mich auf. Ja, wuff, wuff. Gut, dann würde ich sagen, das war es erstmal für den ersten Part von Fallout 2. Wir sind zum nächsten Part wieder von Fallout 2. Wer hätte es gedacht? Und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.